Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tube Tycoon, das unglaublich tolle YouTube-Spiel. Und zwar sind wir im Moment bei knapp 236 Abonnenten, das ist natürlich unglaublich gut, ja, das macht einen richtig glücklich. Wir haben ein paar Kommentare, ich weiß gar nicht, ob wir die gelesen haben, ehrlich gesagt. Ne, haben wir noch nicht, ne? Doch, ich glaube, ich glaube, wir haben das schon gelesen. Wir machen einfach weiter wie immer, wir produzieren einfach wie die Bekloppten irgendwelche Spiele oder sowas. Ja, wir müssen natürlich auf die Energie gucken. Ich mache einfach mal einen Basic-Vlog über süße Drachen, keine Ahnung, warum denn nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Videos wir genau machen können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das läuft. Es ist schon eine Weile her, dass ich das zuletzt aufgenommen habe. Auf alle Fälle haben wir schöne Aufrufe, das ist natürlich unglaublich toll. Und in der letzten Folge wurden wir auch, glaube ich, für dieses YouTube-Partnership-Programm eingetragen, dass wir jetzt nämlich auch Geld kriegen. Und da haben wir auch schon ein bisschen Geld. Und, oh, zwei sogar. Ich hasse dich, Jack. Jack Sparrow. Ich hasse dich. Bäh, eklig. Egal, wann ihr bloß minus fünf, das zu verkraften. Kommentare. Okay, das ist Schwachsinn. Das Kommentar hatten wir schon mal. Also hier steht ja einfach nur, was soll in diesem Video passiert? Hm, ja, tatsächlich diese Kommentare. Das ist einfach das Schlimmste, wenn man irgendwo bei YouTube-Videos unterwegs ist, die schon vor einem Jahr waren oder zwei Jahren, steht immer dieses Uhu is watching this in 2017, für ihr keine Ahnung, halt in 2037 ist es einfach nur nervig. Die First, also als erster Kommentar finde ich lustig, ehrlich gesagt. Mac or PC. Ja, keine Ahnung, geh lieber jagen. Ja, das macht mehr Spaß. Äh, wir können auch ein Video machen. Dann würde ich sagen, wir machen einfach mal einen Daily Vlog, weil es einfach Daily ist. Und natürlich übertreiben wir es natürlich total mit den, ähm, Titeln. Was nehmen wir denn mal? Äh, hä? Können wir nicht irgendwie... Ich kann nicht tippen. Hä? Hä? Was? Ist das jetzt abgekackt, oder was? Okay, ich kann einfach nicht tippen. Das ist natürlich sehr lustig. Hä, lol. Ja gut, dann können wir ja den Titel nicht ändern. Hä, das ist ja Kacke. Wieso können wir den Titel nicht ändern? Das gefällt mir eben... Das gefällt mir gar nicht. Also ich hätte ja tatsächlich geschrieben, ultra krasses Video mit Nacktheit, ja. So was ganz tolles bei YouTube, was jeder anklickt. Das ist natürlich wichtig. Krass, wir hatten die zwei... Das war laut. Was war es denn überhaupt? Oh, geil. Eine Empfehlung von Evara Check TP oder so. Plus 26 Subs, das ist unglaublich. Warte mal kurz. Ich muss gucken, was da eben drunter gefallen ist. Oh, es war ein Thermometer. Egal. Ähm, wir können nichts mehr machen. Ich würde sagen, wir pennen einfach. Bitte lass die Miete nicht steigen. Ach du Scheiße, 10 Euro. Dollar, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was war es denn vorher? War es da auch 10 Dollar? Oder war es da mehr? Oder war es da weniger? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, nicht Plus gemacht. Wir sind mit 30 da, glaube ich, raus, äh, reingegangen. Und sind jetzt bei minus, äh, so 25, äh, 24, Entschuldigung. Wir sind jetzt bei 24. Ja, gut. Wir können zum Beispiel kein Spiel kaufen. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal ein paar Daily Vlogs, oder? Die bringen was. Ich kann immer noch keinen, ich kann keinen Titel eintippen. Mann, was soll das? Dann nehmen wir halt einen Basic Vlog über, keine Ahnung, unglaubliche Pizza. Ich weiß es nicht. Hier, nimm das erste, ist egal. Dann nehmen wir noch ein Game einfach. Hier, komm, Saber. Machen wir gleich zwei. Achso, Entschuldigung. Können wir das drei Dinge aufnehmen? Wie, wie konnte ich bloß so, so blind sein, ne? Wie konnte ich bloß erwarten, dass dieser Typ hier multitaskingfähig ist? Entschuldigung. Hab ich dich wohl überschätzt? So wie so ein Wunder einfach, drei Videos auf einmal aufzeichnen zu können. Ist so ein bisschen komisch. Ein Kommentar... Okay, wir können noch nicht drauflegen jetzt. I hate the intro. Ich hab kein Intro. Idiot. Oh, geil. Matt Oltech mag uns und hat uns ein paar Subs rüber geschoben. Wow. Das ist nicht schlecht. 57. Wir sind fast bei 400. Heilige Scheiße. Wir gehen auf die 1000 zu. Also, bald, halt, ne? Sehr bald, sehr optimistisch gesehen. Hier ist auch noch ein Kommentar. This guy is stupid... Was? Stupid? Stupid? Ja, ja. Internetrechtschreibung. That me makes no sense. Ähm, sense. Ja, gut. Wenn's keinen Sinn macht, dann, keine Ahnung, geh dich erschießen oder guck's nicht. Eins können wir noch aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen einfach noch hier zum Ende ein... Was? Wir können... Achso, wir können da nicht bloß daily ein... einen Vlog machen. Wir machen nochmal über süße Pizza. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber wir hatten... Pizza? Pizza ist irgendwie so beliebt, ne? Wenn das jetzt wieder so viele Klicks bringt, wäre das natürlich... Echt praktisch? Aber man weiß ja nie. Wow. Das sind, glaube ich, nicht so viele. Aber was willst du machen, ne? Wenn man's nicht gucken will, dann guckt man's nicht. Alter, das sind ja extrem wenige. Es gibt gerade scheinbar kein Interesse für süße Pizzen. Mh. Das ist definitiv besser als ein Justin Bieber-Film. Ich wusste zwar nicht, dass der Filmmacher ist, aber was willst du machen? Ähm, 11 Euro. Ja, ist klar. Komm, wir ziehen aus. Ganz ehrlich. Wir leben ab jetzt in einer Brücke. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Dieser scheiß Vermieter, Mann. Wie soll das denn später werden? Wird das dann immer mehr? Immer mehr? Immer mehr? Immer mehr? Immer mehr? Oder was? Heilige Scheiße, du. Das ist ja unglaublich. Ich mach erst mal zwei Folgen Saber. Und dann möchte ich hier gerne nochmal unter der Karriere gucken. Wir haben zwei Punkte. Record Tags. Haben wir das schon gemacht? Ja, haben wir schon gemacht. Das haben wir hier. Cooking Videos. Okay, wir sind möglich. Also braucht ihr ein paar mehr? Record Show. Fame, Money and Greater Karriere. Mh. Was haben wir hier noch? Schneekes. Singleplayer haben wir schon. Dafür brauchen wir überall drei. Das ist nicht möglich. Minecraft ist nicht möglich. Warum auch immer. Entweder wir sparen auf diese Kochvideos. Oder wir nehmen einfach diese Record Show. Ich nehme das jetzt einfach mal, weil wir es eh können. Und hört man das? Hört man den Hubschrauber da? Ich hoffe nicht. Das wäre nämlich echt blöd. Mh. Saber wird wieder ganz gut angenommen. Das ist natürlich wunderbar. Ja. Das wünscht natürlich jeder. Boah. Das ist doch nicht schlecht, oh. Meine Güte. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wo wir diese Show aufnehmen können. Okay. Wir haben null Kommentare. Das ist nicht gut. Das ist ärgerlich. Sport and Cooking. Other. Hä? Wo können wir denn die Shows aufnehmen? Hä? Hä? Warte mal kurz. Was stand hier denn? Fail money? That's what really matters. Das, was man wirklich braucht. Hä? Ich weiß nicht, wo man diese Shows aufnehmen kann. Wir sind übrigens bei 13 Tagen. Moment. In 13 Tagen. 415 Abonnenten. Ja gut. Warum nicht? Ich habe trotzdem keine Ahnung, wozuhelle wir hier irgendwie... Ich mache einfach mal hier so einen Vlog. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ob es das jetzt hier drauf auswirkt oder... Keine Ahnung. Hier ist ja auch nur Game. Und bei Carrier können wir auch nichts filmen, scheinbar. Also, ärgerlich. About Blue Jack. Ich habe keine Ahnung, was ein Jack ist. Jacket vielleicht. Oder einfach ein blauer Jack. Der ist einfach besoffen. Blau ist keine Farbe, sondern Zustand. Verdammt. Bitte jetzt einfügen. Ich hoffe, wir haben nur ein gutes Glück. Ich habe nämlich keine Lust auf böses Glück. Also, Unglück. Oh, ein Kommentar. 2. Use. Better Camera. Ja. Okay. Besser. Ich habe schon mal vorher das jetzt so beim Let's Play geschrieben. Einfach auch. Versuche eine bessere Kamera zu verwenden. Es gibt sicherlich Menschen, die sowas schreiben. Ein Daily Vlog natürlich. Oh Mann, das regt mich voll auf, dass ich das nicht... Warte mal. Ich gucke mal, ob ich hier mit der Bildschirmtastatur... Dieses... Dieses... Dieses Spiel wird übrigens gar nicht im... Huch. Hä? Lässt du dich verschieben? Kann man die sehen? Nein, kann man nicht. Ich habe gerade die Tastatur in der Hand. Man kann es bloß nicht sehen. Nyeh, 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 nyeh. Äh, warte. Hört man das? Das hört man, ne? Was? Nein. Jetzt habe ich Enter gedrückt. Egal. Weißt du, Enter versteht aber nicht, wenn ich irgendwas eintippe. Das ist so ein bisschen unlogisch. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt was gebracht, dass ich den Titel versucht habe zu ändern. Scheinbar schon. Wow. Der Titel ist einfach Daily Vlog Episode 6. Es wird einfach so geklickt. Ja, ist schon ein bisschen komisch. Natürlich Unglück. Ewa Ratzek. TP hat uns scheinbar wieder disliked. Das mag ich gar nicht. Aber wir gehen mal ins Pen. 11, 11, Miete, 11. Ja. 10 Dollar. Langsam geht es an die Überlebensgrenze. Wenn das so weitergeht, haben wir echt ein Problem. Ich mache einfach mal so ein bisschen Vlogs hier. So ein bisschen Vlogs. Mein Videotagebuch, weil ich mir kein Papier leisten kann. Einfach mal zwei Stück. Ja. Und hier den Daily. Jetzt müsste das Interesse doch hier wieder höher sein, oder? Ich weiß es nicht. Wir können doch einfach mal gucken, ob wir noch irgendwie ein anderes Spiel finden. Weil Saipa ist mittlerweile bei Folge 35. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Ich weiß ja nicht, wie das so... Wenn man sich das anguckt, ist es jetzt auch nicht so beliebt. Das heißt, ich würde dann eigentlich schon... Oh. Von Jatakama wurden wir empfohlen. Sehr gut. 37 plus. Was sagen wollt? Ich würde mal gucken, ob wir vielleicht hier noch irgendwie ein Spiel finden, oder sowas. Saipa? Mario? Oh, das kostet aber was. Und das können wir uns eh nicht leisten. Okay, ich lasse es sein. Kommentare. Stop doing it, please. Deine Themen sind schrecklich. Deine Videos sind schrecklich. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Du hast es doch angeklickt. Your Videos. Ah, sucks. Get Alive. Das ist mein Leben, Junge. Diese Videos sind mein Leben. Kapier das endlich. Und geh dich dann von der Brücke stürzen. Wir machen einfach nochmal einen Vlog, weil es einfach vier Klicks bringt. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwas... Ne. Hier, guck mal. Illuminaten sind wieder da. 2.000... Na Gott. Sind 2.000... Falsch. 2.000... 22.000... Aufrufe. 2.000... Geld geernt. Und... Naja, okay. Drei. Drei Kommentare. Das wäre lustig, wenn auch eine 2 wäre. Am besten noch Episode 2. Dann könnten wir ja wirklich gleich in Illuminati Treffclub machen. Mit dem wir die Welt überfallen... Beherrschen. Zu Ende. Tag 14. Die Miete ist teurer geworden. Wir haben 2 Dollar. Wir haben 2 Dollar. New Tag. Wir wollen... Jemand will uns einladen und mit uns einen Tag aufnehmen. Und zwar... Nennt sich diese... Dieser Tag nennt sich einfach Fragen, die man fragt. Ja, hat man tatsächlich sogar schon mal... So in echt auf YouTube gesehen... Ich will es noch mal sacken lassen. Wir haben 2 Dollar. Wenn das so weiter geht, dann... Was heißt, wenn das so weiter geht? Wir sind eigentlich jetzt schon am Arsch. Mit Karolek. Karolek ist wahrscheinlich eine Uhrmarke. Badumts. Ich musste das eigentlich so oft reinschneiden hier. Aber gut. Alter, das sieht aber gar nicht so schlecht aus von den Klickes her. Wir müssten jetzt mindestens 12 Dollar machen. Wegen der Miete. Das heißt, wir müssen am Ende hier auf 14 stehen, damit wir nicht ins Minus rutschen. Oh, Bionicle. Mr. Bionicle. Der Chef von der ganzen Etage. Der hat uns empfohlen. Hat aber schon mal gemacht, tatsächlich. Alter, das finde ich gut. Bei 640 Subs sind wir. 640 Subs sind gar nicht so schlecht. Und Kommentare sind... Nice face. Okay, schönes Gesicht bei 540. Und wir sollen immer noch eine bessere Kamera verwenden. Machen wir aber nicht, weil wir einfach böse sind. Okay, Saber mache ich jetzt mal eins. Weil wir wirklich Klicks brauchen. Hm, sonst verrecken wir nämlich gleich. Dann machen wir noch einfach hier über silizianatische Hasen. Keine Ahnung. Nicht, ich drücke mal vorher. Und einfach nochmal so ein Dali-Vlog. Ja, so ein Dali-Vlog wird immer ganz gern angenommen. Und da sind wir, glaube ich, auch schon erschöpft für heute. Mehr können wir, glaube ich, gar nicht aufnehmen. Komm schon, wir brauchen jetzt noch mindestens 10 Dollar. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt ins Minus rutschen können. Oder ob wir dann einfach sofort tot sind. Das, äh... Darum ging es jetzt halt, um das irgendwie herauszufinden. Und... Wir sind bei 6 Dollar. 10? Scheiße, wir sind bei 10 Dollar. Das reicht nicht. Wir wurden wieder empfohlen von... Kostbar. Keine Ahnung, wer Kostbar ist. Wir werden sterben. Tja, ich, äh, sagten schon mal den Pedern bei uns unter der Brücke Bescheid, dass wir eine Matratze hinlegen können. Gehen ganz ehrlich. Das, äh, 10 Dollar minus 14... Ne, minus 12 Dollar haben wir an Miete. Wir sind vorbei. Before 300 One. Ja, genau, 300 Klicks. Da war man vorher da. Wir sind bei minus 3 Dollar. Minus 3 Dollar. Ein neuer Mail. Werden wir jetzt rausgeschmissen. Oh, ein neuer Tag. My Perfect... Perfections? Keine Ahnung. Meine perfekten Erlebnisse oder sowas? Weiß ich nicht. Nehmen wir gleich mal auf, denn wir brauchen Klicks. Wir haben minus 3 Dollar. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt Minus haben können. Wenn sich das jetzt nicht gleich ändert, haben wir echt ein Problem. Da müssen wir wirklich gucken, wo wir landen, denn sonst, ähm... Ja, keine Ahnung. Neues Spiel wäre auch nicht so schlecht, wenn wir mal eins hätten. Allerdings ist das ja nun mal so eine Sache mit der Kohle, wa? Kohle ist immer selten gesehen und schwierig zu bekommen. Oh gut, das läuft doch ganz gut hier. Guck mal, wir sind schon bei 200. Alter! Alter! 300! Oh, wir sind wieder im Nuller-Bereich. Im Plus-Bereich. Und? Wir brauchen noch knapp neun Videos, damit wir nicht wieder ins Minus rutschen. Boring! Ist das ein Joke? Ich geb dir einen Ratschlag. Hör auf, Videos zu machen. Ja, dankeschön. Das motiviert. Ja, ja, das hatten wir auch schon mal hier. 2037. My mom said, if I reach 50 Subs, I will get a puppy. Übrigens haben wir auch die 50 Subs geknackt. Eigentlich wollten wir ein Special machen, aber irgendwie ging es dann so schnell, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, auf ein Special zu machen. Ähm, ja. Wir können auch ein Video aufnehmen, damit müssten wir im Prinzip jetzt 10... 10 Dollar oder halt 10... Ja, doch 10 Dollar machen. Sonst haben wir echt ein Problem. Dann rutschen wir nämlich noch tiefer ins Minus und, ähm... Ich weiß nicht, wie lange wir das machen können. Nicht, dass wir wirklich irgendwann rausfliegen, die hier keine Wohnung mehr haben. Ist ja natürlich ärgerlich. Und? Kommt schon. Mindestens 1000 Videos brauchen wir jetzt. Ein Dollar haben wir schon mal. Zwei Dollar? Oh... Hey! Drei Dollar, das ist gar nicht so schlecht. Oh! Frickson hat uns mit 90 Subs empfohlen. Das ist sogar sehr gut. Wir haben jetzt 1000 Abonnenten. Heilige Scheiße! 1000 Abonnenten und 6 Dollar. Nice. Besser geht's gar nicht. Äh, das hat man schon. Was hat man hier noch drunter? Zwei. Nice face. Das Video was so confusing. Ja, dankeschön. Gehen wir schlafen und sehen, dass wir wieder ins Minus rutschen. Der Vermieter, der die Miete erhöht. Es ist doch einfach nur traurig. Okay. Aber wir sind doch schon am Ende dieses Videos. Die gehen ja bloß 15 Minuten lang. Ach, das ist traurig. Wir sind bei minus 9 Dollar, haben 2000 und ein Abonnenten. Das ist sehr cool, aber... Minus 9 Dollar, wie soll man da jemals rauskommen? Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Euer Simon. Tü li tü. Bis zum nächsten Mal.